So, es reicht mir jetzt. Hier ist jetzt Durchgangsverbot. Gott, Spaß. Das interessiert dich aber nicht sehr viel. Das finde ich nicht okay. Jedenfalls eben. Achterwort. Oh, Rau. Hat er gesidestept? Nee. Ich habe meinen Computer gehackt. Und bin dann zielschräglich davon weggelaufen. Das war gerade ein ordentlicher Clipping-Fehler. Das habe ich gehört. Was hier passiert? Hallo? Kabumm, hat es gemacht. Hallo? Ah, der hat aber kurz gezockiert. Der hat aber kurz gezockiert. No! Ich treff dich halt einfach nicht. Ein Gielbisches Rettet. Beruht auf Gegenseitigkeit. Hilf mir! Gielbus, rette mich. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Der hat geschießene Arsch. Ich schätze mal, die Sau hat sich verkleidet. Ah, Schmutz. Verlass mich an. Ich hoffe, jetzt hat das keiner gesehen. Ich liebe diese Map. Die Bots können sich auf der Map sogar umziehen. Die Map ist allgemein agg. Das weiß. Also, sorry Leute, aber das wird mir ein paar Mal vielleicht losspülen. So, das reicht mir jetzt. Hier ist jetzt Durchgangsverbot. Gott, Spaß. Oh. Das interessiert dich aber nicht sehr viel. Das finde ich nicht okay. Donuts gibt es auf der Map keine, oder? Ja, es gibt bestimmt eine Küche. Okay. Meine Autorität wird untergraben. Ja, passiert schon mal. Hallo? Ja. Schade, gleich. Dankeschön. Geht einfach ab. Dann war es nur Geld. Das macht auch nichts. Ah, ich habe den Bot. Mein Bot. So, ich habe das Leben noch. Zwei und drei Bots. Ach, so schön. So. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Scheiße. Nein, nicht der schon wieder. Ah. Ah, da ist noch jemand. What? Ich muss doch Glotzi beschützen. Ja, lass mich Glotzi töten. Er trinkt ja wenigstens nichts. Im Gegensatz zu dir. Wo ist er hin? Habe ich dich wenigstens trafen oder auch wieder nicht? Nein, auch wieder nicht. Oh Gott. Warum macht der Bot nicht das, was ich will? Das ist nie passiert. Okay, dann machst du einfach das, was ich will. Ja, ich habe eigentlich gedacht, dass der Bot das macht und da war irgendwie. Ja, eigentlich habe ich auch gedacht, dass der Bot das macht. 8% hat B noch. Oh Gott. Ausgedribbelt wurden. War das Geld eigentlich der von dir, Glotzi, oder war das Geld vom Bot? Ja, nein, das war von mir. Nein, ich muss eh da bleiben, weil sonst findet mir der Lukas noch. Dann geh doch einen Channel runter. Ja, aber dann findet er ja nicht. Hä? Bin ich jetzt allein hier? Ja. Okay. Okay. Ja, aber... Ich habe halt nur einen Bildschirm, ich sehe nicht, was im Discord hat. Deswegen höre ich nur den Sound, dass jemand ins Bett geht. Ich bin nicht unsicher. Oh, da hat er sich gut benannt. Also, ich fahre gerade in den Electric und habe da den Task gemacht. Hä? Hey. Das ist Among Us. Ja. Wer war das jetzt? Ja, das freut mich auch gerade. Bei dem habe ich mir eine Tür aufgemacht. Nein. Ich habe keine Tür aufgemacht. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Hier war keine Tür. Keine Ahnung. Oh, zum Glück bin ich zickzack weggegangen. Puh. Stopp. Umdrehen der in der... Äh, im... Grau... Einerseits, ja. Andererseits, drehe ich mal um. Da gehen zwei gerade mit der grauen Jacke raus. Rechts draußen. Der, der da gerade Richtung Bushaltestelle geht. Der könnte sein hinter dir. Ja, und die Kameras haben es auch deaktiviert. Ah, fuck. Ja, ich hätte nicht da wieder um die Ecke gehen dürfen. Scheiße. Was ist das dafür, Ken Maitzler? Brrrr. So. Oh Kinder, morgen wird es was geben. Morgen wird es schneien. Heute hast du mir nicht schon geschneit. Wow. Alter! Rot, rote Jacke wollte ich gerade sagen. Raffi Kampuk ist da. Jodl die, jodl die da. Raffi Kampuk ist jetzt da. Fünf gegen zwei finde ich fair. Ist ja auch ne kleine Map. Die ist wirklich sehr klein, ne? Kein Ausdruck, Kleid. Töpidu... 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 Acht, übernichtgeschossen! Niiice! Fuuuuck, ey... Acht, ich hab's nie fackgete, da haben wir's zu koppeln. mit mir gewesen. So, Assi. Kannst ihn einfach nicht hätten. Mit seinen Mini? Nee. Schade. Er rumspringt wie so ein Flubbi. Lauf, Thief! Lauf! 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 Duuuuuh, duuuuuh !! Duuuuuh, duuuuls mln Duuuu Janji Duuuu Duuuu Naja, ja! Oh, na, na! Ja, du hast mich verloren. Ich nicht. Boah, die Bewegung ist so leckig. Jetzt nicht mehr... Jetzt hat er dich wieder. Ja, ja, ja. F***. Wieso Hux in der 3? Das freut mich nicht. Ich mag es ihm, sich so anlesen. Haben wir draußen auch eine Bombe liegen? Ich glaube ja. Ja, aber es ist ja auf jeden Fall irgendwo eine Bombe. F***. Ja, okay, gut. Koto, du kannst es nehmen. Alles ist gut. Okay, du kannst nicht nehmen. Regen, Koto. Wieso bewegt er sich jetzt weg? Weil du tot bist. Wie geht's? 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 Alter, wie viele Bots haben wir jetzt hier schon. Ja. Ich bin kaputt. Ja. Ich hab den Bot gerade eine Geldtasche ins Gesicht geworfen. Ja, das funktioniert manchmal ganz gut. Eini kämpft immer noch unten in dem Tresor, ne? Zumindest in der Nähe. Würde ich sagen. Was ist was ist? Was ist hier? Was ist hier? Ich kann hier den Tresor. Ich bin. Der Botch war auch näher überrascht, dass ich da gerade auskam, oder? Hä? Wie hast du mich gesehen, oder? Ich habe keine Chance, wenn man alles aufgesprengt wäre, die unsichtbaren Gänge leider nicht unsichtbar überlässt. Wo kommt denn jetzt nochmal so viel Geld? In der nächsten Runde werde ich wahrscheinlich, wenn überhaupt, nur Kopf spielen und eher nur Kameras beobachten, weil ich nebenbei wieder arbeiten muss. Die ist halt leider so. Gibt es noch eine realistische Chance für mich? Nö. Ich wüsste nicht, wo ich jetzt so viel Geld hätte herkriegen sollen in 30 Sekunden. Nö. Also rechts vielleicht, dann links und dann hinter, aber das wird nicht funktionieren, weil nein. Ja, viel zu viele Bots gespawnt hat. Ja. Ne, ich glaube es ist auch nicht so viel Geld da, oder? Ja, das ist das Problem, wenn man zu viele Bots spawnt. Ich habe nur zwei gespawnt. Ja, ja. Ja, ne, ich wollte Kopf machen, Mann. Ich habe ja... Wenn wirklich, wenn wir uns opnießen können, dann". Ja, Ja. Bis zum nächsten Mal.